Stilvoll und extravagant, so ist die Dame der Woche. Sie hat gerade ihr eigenes Mode-Label gegründet, aber das genügt ihr nicht. Ich bezeichne mich als Workaholic, da ich drei Jobs habe im Moment. Die Woche sieht bei mir so aus, um acht bin ich im Büro bis halb sechs. Anschließend gebe ich Nachhilfe bis circa 21 Uhr und dann fängt es mit dem Nähen an, bis halb zwei nach früh circa. Und das ist halt wirklich in Zeiten, wo ich sage, ich muss eine neue Kollektion nähen, ist das halt wirklich tagtäglich zwei, drei Monate durch. Das wirkt sich natürlich auf das Privatleben der zielstrebigen Klagenfurterin aus. Ihr zukünftiger Partner muss deshalb ein eigenständiger Typ sein. Ich halte total viel davon, wenn jemand sehr zielstrebig ist, sehr selbstbewusst ist, selbstbewusst auftritt. Was mir noch wichtig ist, dass er mich versteht, dass er tolerant ist und vor allem sehr zuverlässig ist. Denn die vielbeschäftigte Modedesignerin braucht einen Mann, der auch ihr Ruhepol sein kann.